Alleluia! Nimm Weihwasser und spreng dein Haus damit ein, nein. Such deinen Propheten, such deine Gemeinde, welches Evangelium verkündet. Welche Botschaft? Jesus kommt wieder! Amen! Jesus kommt wieder! Wow, Seigneur! Ich habe eine gute Botschaft. Der Hochzeitstisch ist schon bereit. Und die Hochzeitskleider sind schon vorbereitet. Und die Schuhe sind schon vorbereitet. Alles ist schon bereit. Und die Engel, die uns am Hochzeitsmahl servieren werden, sind schon rund um den Tisch. Die Engel, die kommen, werden rund um den Himmel entdrückt. Die sind schon hier. Die letzte Trompette ist schon am Montesherr. Bevor das Schofarhorn erfüllt, da schickte Herr Hähne die Schrein, Kikariki. Sie sagen, kommt zum Herrn zurück. Halleluja! Halleluja! Halleluja!